Musik Die Blaskapelle Einklang, die seit Jahrzehnten eine feste Größe im Musikgeschehen in Schermbeck darstellt, hatte es wieder einmal geschafft, mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm die Herzen der Zuhörer zu erobern. Der Festplatz in Altschermbeck verwandelte sich in einen Ort der rhythmischen Freude und der klangvollen Begegnungen. Wir hatten die Gelegenheit, uns mit Esther Schlamann, der ersten Vorsitzenden der Blaskapelle, zu unterhalten. In einem kurzen Interview fragten wir sie, was für sie das Besondere am Fest der Blasmusik sei. Also Blasmusik generell, oder auch unser Verein, wir bringen natürlich Leute zusammen, also von allen Bereichen, von alt bis jung. Und es ist irgendwie, was ganz volksnah ist, aber auch mit moderner Blasmusik verbindet, kriegen wir auch die jungen Leute dazu, sodass es irgendwie Leute vereint und wir im Verein halt auch alle möglichen Bereiche abdenken können und jeder sich bei uns wohlfühlt. Das Fest der Blasmusik lockte zahlreiche Gäste an. Der Platz war sage und schreibe voll. Was durften die Besucher denn erwarten? Wir haben ein ganz abwechslungsreiches Programm, weil wir mit vielen Gaskapellen auch zusammengearbeitet haben, Musikverein. Also wir haben zum Beispiel die Big Band aus Dorsten da, wir haben die Drevenacker da, das Jugendblasorchester aus Drevenack. Wir haben aber auch zum Beispiel eine ganz neue Gruppe, das waren die Altschermaker Biergartenmusiker. Also wirklich, damit wir so ein ganz buntes Programm haben, nicht nur wir spielen, sondern auch mit Gästen zusammenarbeiten können. Und das hat uns gut gefallen, auf jeden Fall. Das war unser Plan. Das Fest der Blasmusik der Blaskapelle Einklang versprach also ein unvergessliches Erlebnis zu werden. So sahen es auch die Besucher. Wir haben uns mal umgehört und die Resonanz war eindeutig. Ja, ein tolles Fest. Schön, dass die Kapelle Einklang das halt für veranstaltet. Wunderbare Stimmung, auch selbst die kleine Regenpause vorhin hat allen nichts ausgemacht. Tolle Stimmung, tolle Leute, tolle Musik. Vielen, vielen Dank. Weiter so Kapelle Einklang. Danke. Eine wunderschöne Veranstaltung für Groß und Klein. Musik herrlich. Verschiedene Bands, die hier spielen. Eine sehr schöne Veranstaltung, hier mal wieder dabei gewesen zu sein. Sehr gut, sehr schön, sehr untheilsam. Schön. Ja, auch sehr gut. Schön wäre, wenn jedes Jahr könnten wir das machen. Sehr gut. Also ich finde das mega heute. Was sie auf die Beine gestellt haben und diese Atmosphäre. Und trotzdem wird das. Es ist einfach nur richtig, richtig Hammer. Ich fühle mich total wohl. Es ist von allem was da. Organisation mega. Bands mega. Toll. Ich bin echt begeistert. Danke. Ja, herzlichen Glückwunsch zum 100-Jährigen. Es ist immer wahnsinnig, wie alt Schermbeck, Schermbeck zusammensteht, zusammen trinkt, zusammen Spaß hat. Und auch, ich sag mal, der kleine Regenschauer trübt hier keinen Stimmungsabbruch und wir freuen uns auf schöne, gemütliche Stunden. Die Mischung aus traditionellen Klängen und modernem Flair, gepaart mit der Leidenschaft der Musiker und der einladenden Atmosphäre des Festplatzes, ließ Musikliebhaber aller Art in den Bann der Blasmusik eintauchen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von unserer Seite zu 100 Jahren Blaskapelle Einklang.